Warum sollten Geräte da auch einen Freitagkurs besuchen? Das ist relativ einfach geklärt, einfach aus der Sicherheit heraus. Sie haben einen relativ hohen Luftverbrauch, sie fühlen sich nicht ganz hundertprozentig sicher unter Wasser, schauen immer auf ihren Bade. Das zeigt eigentlich, dass sie sich nicht ganz wohl fühlen. Das kann man sehr schnell ändern, indem sie einfach lernen, selber die Zeit unter Wasser zu verdoppeln durch gezielte Atemtechniken, Entspannungstechniken. Dadurch werden sie viel ruhiger, dadurch steigt automatisch die Sicherheit beim Geräte tauchen, automatisch wird der Luftverbrauch gesenkt und das Ganze ohne viel Aufwand. Deswegen lade ich Sie ein, einen Freitagkurs bei mir zu besuchen. Gemeinsam mit der DIVE Company haben wir im Jahr 2019 zwei Termine. Informationen finden Sie auf der Homepage www.dive-company.eu